Willkommen, total und recht herzlich zu Star Wars Show. Es gibt keine Star Wars Show in Deutsch, es gibt nichts Vergleichbares in Deutsch. Und heute die zweite Sendung hier im März. Wetter, super kalt, bei einigen schneit es noch, bei einigen lief Schnee noch, bei uns ist alles wieder weg. Dennoch 4 Grad Minus, gestern sogar 8 Grad Minus und die Sonne lacht. So, heute waren einige Schauspieler da, für die musste ich einiges machen. Die brauchten wieder neue, frische Bilder etc. Da kann man halt ins Plaudern und da habe ich mir gedacht, gut, ich richte das Wort an euch. Ja, dreimal noch, dreimal noch und dann ist Star Wars anders. Erstens jetzt, heute, in 4 Wochen Star Wars E8 im Streaming und dann DVD Blu-Ray kaufen. Und ein paar Minuten später sozusagen in Han Solo reingehen. Ja, also Han Solo kommt eher wie die DVD. Ja, das ist schon mal ein Highlight im April. Jetzt, wo die Uhren wieder zurückgestellt werden, haben wir schon mal einen Tag länger. Also man kann schon mal im hellen Schnee scheppen, so ungefähr. Ja, ich muss mal eben unterbrechen leider. Hallo. Das lassen wir es rein. So, wie kam ich jetzt auf diesen Clip hier bei Facebook und bei YouTube. Ich kam da drauf, weil, wie gesagt, heute ist Star Wars Fans nochmal da waren, die da morgen einige Sachen abholen wollen oder mitnehmen wollen. Und da waren einige Schauspieler vom Blaulicht Report, Filmpool und Komparsen und so weiter. Und da haben wir uns über gute Filme unterhalten. Und gute Filme ist nochmal Star Wars. Wir unterhalten uns täglich über Netflix, Amazon Prime und diverse andere Stream-Sachen. Und wenn wir hier so im Internet philosophieren, sind natürlich bedingt auch, weil am 21.03. Hubert und Staller auch das letzte Mal zu sehen sein werden, weil die auch nicht mehr wollen, haben auch ihr Alter. Er sagt auch mit 61 möchte ich andere Sachen machen. Ja, so ist es nun mal. Also wie gesagt, vieles geht auch. Star Wars geht. Dreimal werden wir uns noch so richtig fett freuen. Das ist also jetzt einmal dieses Doppelpack, einmal E8 für zu Hause mit vielen Features, da wo man sich dann wieder mit Freunden sich treffen kann. Und dann noch ein paar große Leimanns, also die, die Homekino haben, 7.1 und so weiter. Und auch 3D noch im Besitz und können dann richtig loslegen. Einige arbeiten da schon mit 4K und so weiter und so fort. Also richtig sich zurücklehnen, Filmschauen und Netflix, Amazon Prime und wie gesagt, einfach alles. Jetzt macht, was ihr wollt mit der neuartigen Technik. Star Wars ist nun mal neu erwacht 2015 und irgendwie ist es neu erwacht. Rogue One kam danach, war auch noch so ein richtiger schöner Kracher. E8 war es zwiespältig, aber mittlerweile gewöhnt man sich dran an die Zwiespältigkeit und man sieht sich halt auch E8 zu Hause an. Ja und jetzt kommt dann noch Han Solo dazu und dann war es. Also dieses Jahr ist dann wieder so ein bisschen fett, aber es kann sein, dass zu Weihnachten einige Fans dann noch sich irgendwelche Figuren kaufen, vielleicht auch die neuen Figuren kaufen, die auch jetzt in 4 Wochen zu haben sein werden, die neuen Figuren von Han Solo und so weiter. Man philosophiert ja jeden Tag bei Netflix bzw. bei Facebook, philosophiert man, bei Netflix sieht man noch Star Wars. 2020 wie gesagt, ändert sich alles. So, Anaheim kommt 2019, eine Serie, es ändert sich alles. Star Wars geht jetzt so langsam mit der Trilogie oder sagen wir mal, geht jetzt mit allen, dreimal Trilogie, also mit den neuen Folgen, also neunmal Solo, Han Solo, neunmal Skywalker, neunmal Leia, mit oder nicht mit oder angehaucht und so weiter und so fort oder in Erinnerung gebracht. Einiges kann sein, dass sie in neun irgendwie so Erinnerungen bringen, okay, bei Leia geht's nicht, da kann man andere Erinnerungsgründe nehmen. Man hat auch gerade hier noch ein bisschen philosophiert, dass Leia vielleicht anhand ihres Ausfluges ins All und sich wieder zurückgeholt, doch dadurch vielleicht, also man hat ne Menge, wenn man so sieht, wenn J.J. Abrams mit seinem Talkin da, mit seinem Co-Autor, alles schon wieder total umgeändert, alles aus dem Kanon gerissen und wieder neu zusammengeflickt. Die haben jetzt so viele Drehbücher geschrieben für Star Wars 9, da werden wir uns wirklich überraschen lassen müssen, ob Snoke nochmal zurückkommt oder man weiß es nicht, man weiß nicht, aus welchen Schnipseln man da was machen kann. Man könnte jetzt so ein Offset machen auf Leia ein paar Minuten und dann geht's weiter oder man kann sich daran erinnern, ja, ich hörte gerade, oh nein, doch, also machbar ist ja alles in der Dramaturgie, man kann ja alles schreiben, überhaupt kein Thema. Aber darum geht es jetzt hier in diesem Clip dreimal noch, dreimal noch, ja, und dann ist alles anders. Gut, der eine wartet auf Babafeld, der andere wartet auf Obi-Wan Kenobi, aber es ist nicht das. Es ist zwar Star Wars, aber es ist nicht das. Ja, ich meine, Rebels war ja auch schon und hatte nichts damit zu tun, obwohl auch bei Rebels, äh, Darth Vader plötzlich auftaucht oder Ahsoka. Ähm, wenn man die dann real verfilmt, warum nicht? Vielleicht, ja, keine Ahnung, wer, wer weiß. Also in 10, 15 Jahren kann sein, einer sagen, weißt du was, wir machen trotzdem Replay, wir gehen zurück, nehmen andere, machen, fangen wieder von vorne an. Hallo, bei Spider-Man ist es passiert, bei diversen anderen Helden ist es auch passiert, der Hulk hat sich auch zigmal verändert. Also, ähm, passieren könnte es, sollte es nicht, aber ist halt so. Äh, George Lucas hat auch sein Alter und wenn der noch 25 Jahre macht, ist er auch kurz vor 100. Also, ich weiß es nicht, Harrison Ford kann auch sein. Wenn der auch noch 25 Jahre macht, ist er auch kurz vor 100. Ähm, das sind und bleiben Legenden. Mark Hamill ist jetzt eine Legende in Hall of Fame. Die anderen sind ja schon früher dort abgelichtet und durften sich dort ablichten, beziehungsweise niederlegen da in dem Asphalt. So, es freut mich natürlich auch für Mark Hamill, dass der es geschafft hat. Leia, beziehungsweise Chris Fisher, die ist ja auch da irgendwo auf den Hall of Fame. Die sind ja alle auch irgendwie, sind sie ja, bleiben auch bei uns. Keiner von denen geht. Wieso ich heute so auf diesen Clip gekommen war, ist halt, dass auch wir hier in Deutschland nichts haben. Vorhin sprach einer über Perry Roden und dann kam so ein bisschen mit Orville und Star Trek und all solche Sachen. Dann, äh, also man hat sich über Filme, sind ja Filmfreunde und unterhalten uns über Filme und gehören ja berufbedingt zum Film und dann kam man halt. Wir Deutschen haben noch nichts entgegengebracht. Wir Deutschen haben keine Filmindustrie in dem Sinne. Wir Deutschen haben auch keine Serie aus der Lindenstraße, die sich mittlerweile auch abgenudelt hat. Ähm, wir haben also nichts. Wir hatten ein bisschen Hubert und Staller jetzt mit sechs Folgen, beziehungsweise Staffeln, mit sechs Staffeln. Und, äh, ja, die siebte ist also geplatzt, ne? Also jetzt am 21.03. ist das letzte Mal mit Hubert und Staller. Gut, Rosenheim-Korps ist ja halt noch im zweiten deutschen Fernsehen. Die bleiben jetzt noch, glaube ich, ein bisschen länger erhalten. Da werden also immer die ausgetauscht und so. Es könnte sein, dass die auch da mal auftauchen, ist ja so gewesen. Von, äh, Hubert und Staller waren plötzlich da oder, äh, bei Hubert und Staller waren plötzlich welche von Rosenheim-Korps, äh, bei den Ermittlungen oder so. Also, ist ja nun mal bayerisch, schräg schräg österreichisch, ähm, wisst ihr auch, wo es jetzt amerikanisch ist. Und Krieg der Sterne nun mal immer auch dort amerikanisch war und hat nichts mit Deutschland zu tun. Und wenn man dann über, ähm, äh, äh, was war das? Orion, genau, Orion. Das war ja rhein-deutsch mit Schönberger und das Ganze. Und dann, äh, wie gesagt, Perron. So, das hätte man natürlich aufgreifen können. Aber Deutschland, Deutschland ist eine Abendindustrie und eine Mietindustrie geworden. Ja, man hat alles verkauft und mietet sich da zurück. Ähm, das ist halt, hat sich so ergeben. Und ich sag dir ja, in den 25 Jahren jetzt noch, wo wir, ähm, irgendwie so ein bisschen mit Star Trek noch, ein bisschen mit Star Wars, äh, ob die Deutschen jemals, äh, Lust haben, werken uns Sci-Fi, uns tolle Filme? Äh, keine Ahnung. Also im Moment sieht es nicht so aus. So, und, äh, wie gesagt, wir freuen uns dreimal noch. Ich freue mich jetzt, 2018, wirklich auf E8 und Han Solo. Also, ich kann nämlich mir dann Rogue One, E7, E8 anschauen und war dann halt nochmal im Kino bei Han Solo. Und freue mich dann schon, wenn das so gegen Weihnachten oder, wenn man Glück hat, gegen Weihnachten auch schon rauskommt. Dann kann man zu Weihnachten oder nächstes Jahr, zu Ostern, ähm, dann nochmal, also heute in einem Jahr sozusagen, zu Ostern 2019, kommt die Celebration ins, äh, Mann, Anaheim, das Hotel, pfff, eine Menge. Dann kann man vielleicht auch noch Rebels kaufen auf DVD, Blu-Ray. Hallo, äh, ich meine, dann hat man ein schönes Companion zu Hause, wo man sich zurücklehnen kann. Wer ein Home-Kino hat, weiß genau, worauf ich ziele die ganze Zeit. Ich ziele nämlich auf die, die ein Home-Kino haben, 7.1, 21 Quadratmeter Bildfläche, sag ich mal, oder 3 Meter Diagonale, äh, 2 Meter Diagonale an, äh, Super, äh, Fernseher haben und so weiter. Also an die ziele ich jetzt, die Beamer-Freunde und die Ultra-HD-Freunde, die also schon solche Sachen zu Hause haben, Plasma oder LED, ähm, die dadurch knallhart toll Filmen schauen können. Und natürlich ziele ich alle noch auf die, die 3D noch haben, also die sich wirklich das noch in 3D anschauen können, in Großformat, ja, am großen Fernseher und so. Also, ja, ja, und die natürlich noch, noch Netflix haben, Amazon Prime, ähm, da gibt es zwar kein Star Wars mehr, auch Kenwood One ist abrufbar, aber noch ist ja alles da. Na, noch ist alles da, man kann es jetzt gucken, auch, äh, Clone Wars gibt es da, mehrere Folgen, die man noch bei Netflix abrufen kann. Ich habe jetzt bei Amazon Prime noch kein Star Wars eingegeben, weiß ich jetzt nicht, ob es da gibt, ähm, kann ich gleich mal machen. Dann kann ich aber auch sofort machen, dann ist die Frage vor laufender Kamera beantwortet worden, ob Amazon Prime überhaupt Star Wars hat. Ähm, ähm, nur zum Kaufen, also nicht zum Starten. Na, Amazon Prime, äh, Episode 4, A New Hope, kann man da, ja, die kann man sich sofort ansehen, also es geht schon. Und dann, ähm, ja, Amazon Prime hat sogar, äh, Rogue One, sehe ich gerade, könnte ich mir jetzt ansehen, ne. Prime Video in ihrer Prime Mitgliedschaft enthalten ist Rogue One, Battlefront Gameplay ist da vorhanden, kann man sich anschauen. Dann, äh, Lego Refuge, da weiß ich, was ich heute Abend gucke. Haha, brauche ich DVD, Blu-ray gar nicht raus, drücke ich auf den Knopf. Denn, ich habe mir dann so ein, äh, bin ja nochmal ein ganz großer Filmfreund und habe mir dann mehrere Sachen zusammengebaut. Ähm, Netflix und Kuh gucke ich dann halt auf einen kleinen, also einen dreieinhalbtausend Lumen, äh, Beamer und dann habe ich den Kino-Beamer für die große Geschichte, dann auf 21 Quadrat, da halt auf 10 Quadrat, äh, das reicht Netflix auf 10 Quadrat reicht. Weil hin und wieder die Qualität doch nicht so ist, ne. Hallöche. So, da begleitet noch ein bisschen ein Geräusch, ich will hoffen, dass die Kamera das Geräusch aufnimmt, wird sie an dieser Zug fahren. Ja, wahnsinns Auftrag gerade reingekommen, deswegen musste ich unterbrechen. Ich mache Ihnen den Auftrag jetzt eben fertig, um 1000 Kopien zu machen, 1000 Kopien, für wenig Geld, aber egal. Und so kommen wir auch zum Thema Kopie, äh, Star Wars ist ja an sich eine Kopie, Star Trek ist eine Art Kopie von jemandem, der sich das ausgedacht und vervielfältig und dann uns zugänglich gemacht hat. Die Figuren, ja, aus einer Idee, Spielwaren, daraus was zu machen. Ja, ich muss nur noch zwischendurch darauf achten. Jedenfalls mache ich jetzt dem Kunden das fertig und, äh, mache auch trotzdem hier den Videoclip fertig. Ich freue mich, wenn ihr zuschaut, ich freue mich, wenn ihr zum Stammtisch kommt, ich freue mich, wenn wir uns bei Facebook unterhalten. Bei Funberg würde ich die Figuren kommen, weil den Ferreira es wie, äh, series.de, die Figuren, die welche brauchen, die die sammeln sollen. Ja, ich freue mich halt, auch wenn ihr hier vorbeikommt, ich freue mich auch, wenn ihr hier halt die Figuren, äh, kauft und, äh, ihr euch erfreut. Ob morgen derjenige kommt, alles abholen will, wird, der heute schon eine Menge hier abgeholt hat. Ähm, der will auch die großen Figuren kaufen, äh, für sich. Er hat geerbt und möchte die Erbschaft halt so anlegen mit Star Wars, weil er halt ein großer Star Wars Fan ist. Ich finde es, ich finde es gut. So, jetzt merkt ihr, jetzt wird es ein bisschen ruhiger. Jetzt werden die tausend Kopien gerade gemacht. Wie gesagt, wir haben das Copy-Haus, wir haben das Medien-Haus, wir haben Filmfoto, wir haben Schauspieler, wir unterhalten uns. Vielleicht werden auch wieder hier irgendwelche sitzen. Vielleicht werden wir ja auch irgendwann mal was. Nun, äh, umsonst geht halt nichts mehr. Man macht nichts mehr auch Spaß. Ähm, YouTube bezahlt ja auch kaum noch was. Man muss da auch irgendwelche Sachen haben, dann ist man da plötzlich auch, ähm, involviert oder kriegt man Geld oder kann Geld verdienen, etc. pp. Wir verdienen unser Geld hier mit dem Medien-Haus, mit den Figuren von Star Wars, mit dem Copy-Haus und arbeiten und machen und tun. So, ich mache jetzt da die tausend Kopien fertig. Ich bedanke mich total und recht herzlich zur zweiten Sendung hier im März. Ähm, ich freue mich halt noch drei, drei Mal. Ich freue mich jetzt hier, ähm, auf Han Solo und E8 für zu Hause. Und, äh, Rebels vielleicht auch schon demnächst für zu Hause. Also, ist ein schönes, ist ein schönes Star Wars Jahr. Es sind schöne Ostern. Ich kann, wie gesagt, hier bei Amazon Prime abrufen, das werde ich auch heute Abend machen, Amazon Prime abrufen, Star Wars genießen, wann ich will, wie ich will, wo ich will. Und dann in einer Art Kino-Atmosphäre. Ich habe natürlich viele andere Serien, die ich gerne sehe, auch bei Netflix sehr gerne sehe. Weil bei Amazon ist das so eine Sache mit diesem Streamen. Ähm, aber egal, ich werde es mir trotzdem, wenn die Qualität gut rüberkommt. Bis jetzt hatte ich immer noch gute Stream-Qualitäten, Full HD. Ja, warum nicht? Also, ich freue mich drauf. Also, ich kann immer Star Wars gucken, wann, wo und wie ich will. Und, äh, macht einfach so tierisch Spaß. Und wenn ihr so vorbeikommt, wenn ich mit euch philosophiere, was Star Wars ist, macht auch weiterhin sehr viel Spaß. So, ich werde mich jetzt diesen Kopien da widmen und euch einen wunderschönen Abend gönnen. Na, und wie gesagt, ich freue mich, wenn ich euch erlebe, wenn ich Star Wars erlebe, wenn ich euch erlebe, hier persönlich, hier vor Ort. Äh, ich freue mich auch drauf, wenn alles gut geht, drehen wir ja an einen Fanfilm, einen Star Wars-Fanfilm. Und schauen wir mal, wie wir den in Szene setzen werden können dieses Jahr. Jetzt im Moment ist mir alles zu kalt, aber irgendwann kommt die Wärme und dann kann man die großen Kameras auspacken und dann kann man wunderbar arbeiten. Ja, ich freue mich schon drauf. Ne, Klaus? Ähm, ihr wisst schon, wen ich da meine. Ne, und lasst uns da den Film drehen. Den zeige ich euch dann hier auch. Und jetzt arbeite ich da drüben im Copy-Haus und verabschiede mich hier aus dem Medienhaus. Max Kurt. So, während ich diese 1000 Kopien hier noch machen muss für eine Sportanlage, Sportruderer hier bei uns am Ballnei See, ähm, ja, unterhalte ich mich halt mit euch nochmal über Star Wars, Star Wars Shop, Star Wars Stammtisch, Star Wars Filme. Irgendwie geht trotzdem etwas auseinander zu Ende. Wenn wir mal ehrlich sind, Star Wars geht nicht in die Unendlichkeit, also jedenfalls nicht mit Luke Skywalker, mit Leia, Han Solo und so weiter, sondern es verändert sich, es sind ganz andere Charaktere, es sind ganz andere Leute, es sind auch ganz andere Geschichten, die dann sicherlich irgendwann erfunden werden. Und ob ich irgendwann mal Anaheim sehen werde, weiß ich auch nicht. Ob ich da ins Hotel gehen werde in Amerika, weiß ich auch nicht. Ja, ich meine, wir haben gerade vor ein paar Sekunden noch philosophiert, man hat noch so circa 25 Jahre, dann hat man sein Alter, ob man da noch was macht, weiß man nicht. Ihr habt dann auch euer Alter in 25 Jahren, seid ihr auch schon an dieser Schallgrenze, ähm, Star Wars, ja, Star Wars, nein. Na, ist klar, man war 20 Jahre alt und jetzt 40 Jahre, dazu rechnet bitte aus. Ähm, ja, ist so, ist ein bisschen schwermütig. Ja, gerade noch mit diesen Schauspielern gesprochen, die, wie gesagt, ähm, Hubert und Staller machen und dann noch, ähm, wie gesagt, Rosenheim Cops. Rosenheim Cops gibt's ja noch, Held, hier in Bochum gedreht, ähm, da ist auch nicht so die Stadt. Ja, ich meine, irgendwie die Unendlichkeit von Leuten, mit denen man sich und so weiter, es macht ja wirklich Spaß, Netflix. Ja, Tribute to Carrie Fisher gerade noch, ist halt österliche Zeit und, ähm, ja, wir haben Ostern und kalt und irgendwie nicht so, man kommt nicht so aus dem Schuh. Und, äh, es ist toll, mal wieder so einen Videoclip gemacht zu haben, ähm, ein bisschen ruhiger, ein bisschen gedämpfter, ein bisschen nachdenklicher und nicht so in der Euphorie, ja, ist super, diese Euphorie, ja, die ist dann, ja, im Januar, Februar, wie dann uns so erzählt, wo das jetzt im Juni, nee, im Juli erst angefangen wird für und mit J.G. für Abrams in und für E9 und so weiter und, ja, da der eine sagt, Snow kommt wieder, obwohl der, weil die Regisseure sich, da sind so viele Regiebücher da, es liegen ganz viele Regiebücher und keiner weiß, was sollen wir jetzt nehmen, pflücken wir die alle auseinander, machen wir ein Verschiedenes daraus. So, wie ich jetzt hier gleich die tausend Kopien fertig mache für den Ruderverein und, ähm, wie gesagt, heute, äh, so, gestern so viel gearbeitet in der Musikebene, sehr viele Musiksachen fertig machen müssen, ähm, bin ich heute ein bisschen ruhig, aber ich freue mich trotzdem gleich auf Star Wars, auch große Leinwand, etc. Es war eine tolle Geschichte irgendwie, aber irgendwie ist ein bisschen die Luft raus, wie ist es bei euch? Ist es bei euch noch Star Wars oder, wie seid ihr? Seid ihr noch 100% oder weniger Prozent? Also, ich bin 100%, sonst würde ich solche Clips nicht machen, ich würde sie sonst nicht mir die Mühe machen, hier, ähm, einige Sachen hier, äh, zu zeigen, ne? Hallo, grüß er. Äh, sie machen jetzt... Hatte soeben zugemacht, hatte gerade noch eine Kundin, wie gesagt, ähm, von 9.30 bis 17.30 kann jeder Star Wars Fan hier vorbeikommen, sich die Figuren anschauen, Bestellungen machen, etc. pp. Äh, wir können uns über Star Wars unterhalten, wie gesagt, wir können auch andere Sachen machen, wir können ja auch, darum geht's mir gerade, deswegen hatte ich nochmal eingeschaltet. Also, während ich jetzt hier arbeite, kann ich wie die neuartigste Technik mir auf einen 65 Zoll Fernseher Full HD, äh, sagen wir mal, das streamen. Ich kann jetzt hier arbeiten und mir mal eben, sagen wir mal, so Star Wars auf dem Bildschirm klatschen und während ich arbeite, kann ich ein bisschen Star Wars gucken. Ich finde die neue Technik absolut super, besonders wenn man große Flats hier stehen hat, ähm, dann macht das sehr Spaß. Jetzt ist es ja eh privat, jetzt ist, äh, alles zu, alles geschlossen und ich arbeite halt noch an diesen 1000 Kopien und während die Maschinen arbeiten, so mache ich das ja, mit den anderen Sachen auch, wenn wir Filme drehen, etc. Und dann ist ein bisschen Pause, setze ich mich vor die Kamera und mache einen schönen Videoclip für euch. Ähm, wenig Zuschauer, ist ja nicht so schlimm, ich mache das ja nicht für die Masse, ähm, hatte ich mal vor, aber es gibt hier in Deutschland nichts, machen wir uns nichts vor, ja. Wir haben eine Arme-Industrie, da tunneln wir uns alle so ein bisschen rum und versuchen der Armut zu entgehen, andere leben in der Armut, etc. Und dann haben wir die Mietindustrie, die alles verkauft hat und jetzt zurück mietet. Und deswegen hat man kaum so den Plus, ähm, dann die diversen Kleinen, die sich jetzt hier so, so ein Ruderverein da, ähm, der hier so bei uns dann mal eben ganz auf die Schnelle seine Sachen machen lässt und so weiter und so fort. Ja, wie gesagt, es ist halt so, ähm, ihr könnt hier alles machen, ihr seid hier mitten in einem Smartphone, wir können hier Facebooken, YouTuben, äh, und so weiter. Wir können hier so viel Spaß haben und, äh, wir könnten hier also, wie gesagt, so viele schöne Sachen machen. Ähm, und würde mich auch wirklich freuen, wenn wir diese irgendwann mal machen. Ich freue mich auch auf den Dreh, äh, diesen Fanfilm Star Wars, ich freue mich drauf. So, jetzt habe ich die Zeit überbrückt, äh, mache jetzt, wie gesagt, das fertig, freue mich auf euch, freue mich, wenn ihr unten drunter schreibt. Natürlich kann ich auch für andere Sachen was machen, ist kein Thema. Ähm, Politik, naja, Politik ist ja auch ein bisschen, aber ist ja auch nicht mehr so, sobald man politisch wird, sobald man eine Politik gründet, also eine Partei, ähm, das sind alles so Sachen. Und dann, äh, fangen, fangen die anderen wieder an, da Ärger zu machen, also ein bisschen lustig hier in Deutschland, äh, ein bisschen merkwürdig hier in Deutschland. Also es ist also nicht mehr so ein Deutschland, wie man sich das vorstellt. Es ist ein, ja, es ist, es bleibt ein merkwürdiges Deutschland. Da geht nun mal kein Weg vorbei. So, das war's. Das war's hier vom Shop, das war hier von Star Wars, das war jetzt hier von Star Wars Base, Star Wars Stammtisch. Ja, genau. Ich wünsche euch was. Viel Spaß. So, da ist die Fernbedienung, dahinten ist der große Flat, da ist jetzt Rook1, Amazon Prime, ich drücke drauf, könnt ihr hier sehen, ähm, und ich gehe jetzt hier auf Streamen, könnt ihr dann vielleicht sogar da drüben gleich hören. Ich gehe jetzt auf Streamen, auf Ultra HD Web TV, das sind wir nun mal, und dann läuft das da drüben auf meinem großen Monitor und ich kann jetzt in Ruhe, ne, das ist Star Wars, so, und dann kann ich mir das angucken, und macht das Spaß. Ne, macht mir das Spaß, gucken wir das an, mal gucken, was er mir so erzählt, und dann mache ich hier in der Ruhe, mache ich jetzt hier, äh, meine Sache fertig, ne. Aber der labert nur, ne, das interessiert mich hier, ja, da sind wir jetzt natürlich gedämpft, natürlich können wir jetzt da was gucken, aber ich sehe mir sicherlich nicht ein Review an, sondern ich sehe mir einen Film an, so, und den Film kann ich mir zum Beispiel jetzt hier bei Netflix, äh, anschauen und rüber beamen, ne, oder hier bei YouTube, beam ich mir jetzt einfach mal einen Film rüber, und dann stimmt die Sache, genau. Und zwar, irgendeinen Star Wars Film jubel ich mir jetzt darüber, während ich meine tausend Kopien für den Kunden fertig mache, äh, ist gar nicht mal so schlecht, mir macht Spaß. Ne, Ultra HD Web TV, Ultra HD Web TV, das sind wir nun mal, und wir sind auch Sondersender NRW TV, ja, jetzt mache ich das. Wir hören ein bisschen Musik da hinten, da gucken wir, kann ich etwas lauter machen. Ich schaue mir jetzt hier, wie gesagt, die Staffel 4 an. Kann ich auch hier eben einblenden. Ja, das macht Spaß, versteht ihr? Star Wars gucken, arbeiten und euch unterhalten, ja, das macht Spaß. Das macht Spaß. Den Spaß, hoffe ich, machen wir irgendwann mal zusammen. So, während der Auftrag gemacht worden ist, läuft da hinten halt Star Wars, hier läuft Star Wars, während, also wir sind halt eine Star Wars Burg, Ultra HD Web TV, Sondersender NRW TV. Wir arbeiten nicht nur in Star Wars, mit Star Wars und erleben Star Wars. Wir haben ja, wie gesagt, rund um Star Wars Geschichten. Da hinten, wie gesagt, läuft jetzt irgendwie Clone Wars, hier ist Staffel 4. Wir können das dann umsteigen. So, jetzt bin ich aber fertig. Jetzt wird auch Star Wars ausgemacht. Wie gesagt, das war der Auftrag im Copyhaus. Und, ja, sind 7,10 Euro pro Einheit. Könnt ihr ja selbst dann auswählen, mal 10. Ja, und die Filme, wie gesagt, sind auch nicht so teuer. Die Figuren sind hier nicht so teuer. Hier ist alles, wie gesagt, wir können auch nur philosophieren darüber. Testschen, Käffchen trinken, ne, und so weiter. Wir lieben Star Wars, wir arbeiten in Star Wars, mit Star Wars. Und jetzt bin ich jetzt hier in diesem Bereich wieder im Medienhaus. Da drüben ist ja das Copyhaus. So, das ist Standalone hier. Das ist der Auftrag, ich mache hier die Rechnung. Ja, und dann auch für andere Zuschauer. Wir machen also Kopien, Überspielungen, Scanners, ne, alles. Alles, was ihr euch nur vorstellen könnt. Im Medienbereich, im Kopierbereich. Kommt vorbei, sprecht uns an. Und dann reden wir darüber. In dem Sinne. Viel Spaß.